Hübsch, Palizia, wenn sie dich hören, dann. Ich kann nicht mehr. Ich würde sagen... Hänge. Wir haben ein Problem. Woher hast du das? Was ist auf diesem Steak drauf? Das ist überhaupt nicht gut. Oh mein Gott. Ach wie schön. Ihr kommt zu uns. Ihr macht es uns zu einfach. Ich bin jedes Mal. Ich bin schon seit dem Wasser. Vielen Dank.